Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joe Craft im, ja, ja, ihr wisst es ja schon, Redstone Freizeitpark. Zumindest diejenigen, die sich befähigt fühlen, den Videotitel zu lesen. Und wir befinden uns bei der Einsendung Nummer 77 von, 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 youtube.com, äh, The Joe Craft 77, ah ja, von MrReflex07, wie ich es natürlich gerade auswendig wusste. Nein, 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 ich hab's nicht nachgeguckt. Äh, MrReflex07, den ich immer noch nicht angeschrieben habe, das heißt mit anderen Worten, das, was wir hier gerade tun, kann sein, dass das alles für die Katz ist. Ich habe mir nämlich einfach mal die Frechheit genommen, ohne den werten Herrn MrReflex07 zu fragen, ob ich sein Redstone House, welches er eingesendet hatte, nehmen könne und es in den Redstone Freizeitpark reinpacken wollte, weil einfach meine gesamte Community mich niedergestampft hatte und genötigt hatte, eben das zu tun. Und das tun wir gerade. Wir bauen gerade dieses Spooky House, es ist, jetzt ist es nicht Spooky, ist klar, wir haben ja Night Vision an, aber wir sehen, da kommt auf einmal ein, uah, wenn man da durchgeht, ne, und dann vielleicht, Moment, ich wollte, ich hatte doch eine Druckplatte hier hinten. Ay, caramba, so. Genau, und dann gehen wir hier rein und uah, kommt schon wieder was. Und was wir im letzten Part gemacht haben, ist, lassen Sie mich mal durch, diese Geschichte hier zu machen, dass wir sehen, dass solche Sachen passieren. Die passieren gut. Und sie passieren wunderbar. Okay, was ich gerade gemerkt habe, ist, dass der Kondensator hier unten absolut unnötig ist, den können wir wieder weg machen. Der Kondensator hier oben reicht absolut aus für das, was wir machen wollen. Gut, okay, das sind die Friedho- Entschuldigung, das ist das Friedhof, das ist das Friedhof, vor allem, finde ich auch, das ist das Friedhof. Das ist das Friedhof, das wir jetzt gebaut haben. Man könnte jetzt eventuell, das würde ich sogar begrüßen, hier ein bisschen Licht hinpacken und da ein bisschen Licht hinpacken. Und, ähm, hm, wie kriegen wir das denn jetzt dunkel? Weil es wird ja nicht Nacht sein, wenn der, wenn der, wenn derjenige, der den Freizeitpark da durchgeht. Es wird ja Licht der Tage sein. Licht der Tage. Warte mal, ich muss die Grabsteine, äh, ich muss die Grabsteine noch ein weiteres bisschen nach vorne packen. So, so, okay, ähm, das ist jetzt einfach, das ist jetzt einfach nur ein bisschen Rätselarbeit und Designarbeit, das, was ich nicht kann. Ich fülle das erstmal mit Stein auf, so. Und im Nachhinein können wir es dann verzieren. Obwohl ich, was das angeht, dummerweise nicht viel Ahnung habe. Aber dafür gibt es ja so Profis wie Sergius oder wie Lane Life oder Redstone Roven oder Let's Play oder der kleine Teddy oder Flexusma oder wer auch immer, den ich in letzter Zeit vorgestellt habe und gezeigt habe. So, machen wir da hier. Was war denn hier unten? Nichts war da unten. Gut, das ist gut. Wir sehen, dieser Bereich der Technik ist nicht so unerledig stark ausgeleuchtet. Das ist auch der Grund, warum wir im letzten, äh, in der letzten Folge so oft so viele Badman gestoßen sind. Das Problem ließe sich aber relativ einfach lösen, indem wir die Technik einfach ein bisschen sorgfältiger und ordentlicher ausleuchten. Hier nicht, hier ist es gewollt, aber, wie gesagt, Lichtverhältnisse klären wir gleich. Erste eine Male den Friedhof hier fertig bauen. Dann machen wir Symmetrie, machen wir Symmetrie und machen nochmal hier Steine und sowas hin und dann 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, passt nicht. Weil wir das auch so hinsetzen könnten, dann ist das ein bisschen symmetrischer. Okay, dann benötigen wir die guten alten Barrierblöcke, von denen ich mir jetzt mal, obwohl, nee, wovon wir das machen, machen wir erstmal, erstmal jetzt verzieren, okay. Ähm, ähm, like this. Einfach mal jetzt, das Verzierung ist, glaube ich, irgendwo ein paar Blöcke hinsetzen, ne? So, wenn ich das richtig, also, richtig in Erinnerung hatte. Hier können wir auch nochmal ein bisschen Gravel hinsetzen, den wir auch an eben dieser Stelle hinpflanzen können. Und noch ein bisschen mehr was davon hinsetzen. Sand lassen wir erstmal Sand sein. Das ist wirklich ein kalter Friedhof hier. Okay, dann Barriereblöcke. Einmal so, ums Gras herum. Nochmal eine Etage höher. Ob es wirklich keine Möglichkeit gibt, für einen fündigen, tricksigen Spieler, die sich hier rein zu outen. Auch nicht mit der Elite drehen, dass man sich hier festsetzen kann. Ich glaube, das möchte ich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Okay. Zack, zack. Alles angebracht, wunderbar. Ja, dann machen wir den gleichen Spaß noch einmal hier, damit der Spieler auf jeden Fall über die Druckplatte läuft. Ab dann ist es mir egal. Also, als Spieler kommt also hier raus und wenn ich, komme ich nicht hin, ja? Geht er hier über die Druckplatte und dann, flupp, flummeln die da raus. Okay. Da sind nämlich jetzt Fackeln. Das heißt, man sieht auf jeden Fall, dass da was passiert. Und wenn ich nicht mehr reinquetschen kann, so haben wir das. Dann haben wir nämlich jetzt wirklich hier ein Grab, welches sich öffnet. Und, ähm, ja, ähm, ja. Da, schnemen wir uns ein Shield und, ähm, schnemen wir uns ein Nilt und schreiben hierauf R.I. Nein, doch. Nein, doch. Rip. Fertig. Ganz einfach. Tut's auch. Okay, wenn ich das jetzt hier noch dunkel kriegen würde, könnte. Meine raffinierten Ideen überlegen gerade eventuell, ob man einen schwarzen Raum drumherum bauen könnte. Hier könnte man theoretisch auch schon die neuen 1.12 Features des, des, ähm, des Betons, ich hab den deutschen Namen gesucht, nutzen. Den ich ja bereits vorgestellt hab in meinem Review zum Snapshot. Ich freu mich auf die 1.12. Ist tatsächlich, wird eine coole Version mit vielen tollen Sachen. Natürlich so Leute wie Sergius144 vom Darkenia-Bau-Team, die freuen sich natürlich um einiges mehr. Über die 1.11 ist ja auch immerhin, äh, 1.12 ist ja auch cool mit neuen Farben zu arbeiten, neuen Möglichkeiten zu arbeiten. So, ich, ich mach jetzt mal hier raus ein Darkroom. Einfach nur mal so gucken, wie es wirkt. Es wirkt blöd. Ist schon, ne, das, mhm, ne. Slash Undo. Hatten wir nicht im letzten Part darüber geredet, ob das nicht möglich wäre? Naja. So, für alle, die dies nicht wissen, was da links oben ist, hat seine Richtigkeit. Das sind, äh, die Titelanimationen, das TNT, was da oben jetzt hochgeht in 3, 2, 1. Das ist, puh, ähm, das ist so eine kleine Spielerei von mir. Schreibt mal, was ihr davon haltet, ob ihr das blöd findet, ob ihr das gut findet, ob es was eurer Meinung nach daran zu verbessern gäbe. Eventuell kommt noch welche von denen in Zukunft dazu. So, also, wir machen wieder Undo, wir machen alles wieder rückgängig, so wie es war. Und reden mal über die neue YouTube-Adventure-Map. Ja, das ist ein Grund, sich darauf zu freuen. Denn diesmal wird das quasi Minecraft-Story-Mode ja nur halt kostenlos hier auf YouTube spielbar. Richtig, habt ihr richtig gehört. Äh, es ist Story-mäßig ein bisschen inspiriert, um ehrlich zu sein, aus einem coolen Nintendo-Spiel, wo man mit einem Staubsauger ein Haus sauber macht. Ja, ja. Für die, die es nicht kennen, werdet jetzt denken, what the fuck, wer spielt denn sowas? Aber glaubt mir, es ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie Spaß es macht, mit einem Staubsauger ein ganzes Haus zu säubern. Im wahrsten Sinne des Wortes. An diesem Spiel habe ich mich so ein bisschen inspiriert, als ich die Map entworfen habe. Und sie wird sehr kompliziert, sie ist in drei Kapitel aufgeteilt. Jedes Kapitel birgt andere Möglichkeiten. Im Moment, das Beleuchten machen wir im nächsten, ne, nicht nächsten Part, machen wir in Kürze. In Kürzerwürze. Äh, husch. Wo ist er? Da ist er. Ich, ich, ich habe ja nichts, also ich habe ja nichts gegen Fledermäuse, aber es ist ja, die nerven mich hier. Hier ist, ach ja, Moment, da passierte noch was. Ah, das habe ich irgendwie abgeschnitten, oder? Genau, das funktioniert nicht, weil, ach ja, hier ist was kaputt gegangen. Eigentlich sollte es ja theoretisch funktionieren. Gut. Ich überlege gerade. Ja gut. Ich glaube, die Idee ist so, dass er, wenn ein Spieler hier runter geht, ne. So, schon wieder. Ihr seid sehr, 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 sehr nervige Biester, das müssen wir euch lassen. So, und hier ist der Ausgang. Dieses Reset-Signal, das braucht nicht, das können wir wieder wegmachen. Also einmal kurz hier und du. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir ja auch nicht. Das können wir alles so stehen lassen. Ich glaube, dann sind wir fertig. Gut, und hier ist der Ausgang der, des Geisterhauses. Das ist... Okay. Wie machen wir es? Äh, ja. Ich habe eine Idee, wie wir es machen. Also, jetzt ist ja das große Problem, was ich jetzt noch habe, ist, wie wird das Haus nun korrekt in die Wüste eingearbeitet. Das ist tatsächlich eine sehr schwere Sache. Natürlich muss man auch mal so einen Ticketshop und den ganzen Kram machen, aber diesen ganzen Filifanz, die können wir uns ja gleich, darum können wir uns gleich kümmern. Ich habe eine Idee, ich würde das, ähm, das ist auch so eine Testidee, das müsste man natürlich ausprobieren, ob das tatsächlich gut klappt. Ach so, Moment, erst mal Lichtverhältnisse, genau, darum kümmern wir uns erst mal. Also, wir machen mal Effect, The JoCraft Clear. Ach ja, ich spiele gerade mit The JoCraft und für die, die sich gewundert haben, ich habe zwei Accounts. The JoMinecraft ist mein alter Account, mit dem spiele ich normalerweise. Aktuell spiele ich aber mit The JoCraft. Ähm, nicht wundern, das heißt, jetzt sind die Statistiken alle, äh, egal, unwichtig. So, also, wir gehen rein, hier dunkelt es ein wenig, ich meine, ein bisschen hell ist es von außen, aber das können wir gleich nochmal korrigieren. Dann hier, ach ja, ich habe hier den Mod drin, das heißt, wenn ich eine Fackel in der Hand halte, ganz schlechte Idee, aber hier diesen Raum, den würde ich ein bisschen beleuchten. So, dann, klar, das haben wir auch schon gesehen, ja, hier, ne, ich glaube schon, dass das ein bisschen erschreckend ist. So, und dann geht es hier weiter. Hier wird es mir wieder zu dunkel, um ehrlich zu sein. Hier würde ich eine Fackel hier platzieren. Es sollte, es sollte nicht allzu dunkel werden. Ist da eine Fledermaus? Nein, hatte sie nie, habe ich richtig gesehen. Ähm, ja, hier ist es okay, dass es dunkel ist, so sieht man nämlich den Typen dort. Ähm, hier ist ja ein bisschen Licht da und den Rest können wir lassen, das war es auch schon. Es ist nur ein sehr kurzer Ride, aber doch irgendwie sehr schön gemacht. Okay, gut. Ähm, ja, doch, von den Lichtverhältnissen können wir soweit alles lassen, das ist kein Problem. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch diese Idee, die ich da habe, gleich mal versuchen umzusetzen. Da bin ich aber, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das eine gute Idee ist. Und ob das überhaupt was wird. Das Problem ist, das, mal vom Baustil, gut, das ist ein Haus, das ist natürlich jetzt nicht World Western mäßig. Schade eigentlich. Gut, wir machen das, wir machen das jetzt zu. Okay. Also vom Look her. Vom Look her geht das, glaube ich, noch. Könnte man es tatsächlich im Wüstenbereich drin lassen. Sonst wäre meine Idee gewesen, die Berg, eine Bergfassade zu bauen, das in einer Bergfassade zu verstecken, das Haus. Aber es sieht ja nicht schlecht aus. Aber das würde ein paar Probleme lösen, ein paar Platzprobleme lösen. Okay, meine, meine Basic Idea, die ich da habe, wäre, diese Barrieren erstmal zu entfernen. Hier runter. Woran merkt man, dass die GeoCraft überlegt? Ganz einfach, es ist ruhig. Es gibt Ruhepausen. Das hier so entlang zu führen. Und jetzt die Bergwand irgendwie, so eine kleine Mini-Bergwand hier entlang zu führen. und quasi das Haus ein kleines bisschen hinter dem Berg zu verstecken. Was nämlich den Vorteil hätte, dass wir hier die Bergkurve drehen können. Ja, doch, das machen wir. Bzw. ich mache das, ob ihr es wollt oder nicht. Aber das ist die leichteste Möglichkeit. Also so eine Bergwand führen und man den Eingang quasi hier durch den Berg reinsetzt. Ja, das wird auf jeden Fall spannend zu bauen. Okay, Berge bauen. Das können wir uns, also da können wir uns auch nochmal gleich druck kümmern. Beziehungsweise hier muss ich jetzt ja den Berg bauen. Ich mache es mal im Video, damit ihr seht, wie es ist. Ich habe ja schon mal das längste und langweiligste Video da hochgeladen. Ach ja, es ist noch eine Menge zu bauen. Immer wieder habe ich das Gefühl, bald ist der Freizeitpark fertig. Aber ich vergesse ja, dass da oben noch ganz viel hinkommt. Und als nächstes muss ich mal von Brummrum da die Achterbahn anschließen. Im Untergrund muss ich noch viele Sachen machen. Ah, ich glaube, das wird doch noch ein Weilchen dauern, bis der Freizeitpark tatsächlich komplett fertig ist. Aber sobald wir hier das Festival 60.000 Abonnenten erreichen, möchte ich doch auch gerne die neueste Snapshot-Version des Redstone Freizeitparks veröffentlichen. Und bis dahin heißt es gespannt warten und eifrig mitfiebern, wie es hier so weitergeht im Freizeitpark, obwohl er sich mega cool entwickelt hat. Und einige Leute finden es nicht gut, dass ich so viele andere Sachen einfließen lasse. Aber ganz ehrlich, erstens würde ich das komplett alleine bauen. Dann würde das nochmal dreifach so lange dauern, bis der Freizeitpark fertig ist. Und außerdem, warum nicht die Sachen nutzen, die andere Leute zur Verfügung stellen. Ich meine, ihr habt doch auch coole Ideen. Und wenn es ein paar Leute gibt, die eine coole Ideen haben, dann kommen die rein. Natürlich ist es nicht so, dass jeder reinkommt. Denn ich glaube, ich habe mich viele angeschrieben, gefragt, ey, warum nimmst du meine Sachen nicht im Freizeitpark? Das ist doch unfair. Wieso nimmst du einfach von irgendjemandem die Sachen? Zufall und Glück. Das ist die einzige faire Konstante, die man quasi haben kann. Ich mache hier die ganze Zeit The Dark Knight-Anspielung. Ich bin Madman. Ja. Ich habe gestern, ich habe dummer, man merkt es gerade, welchen Film ich gestern geguckt habe. Obwohl in letzter Zeit gucke ich gar nicht so viele Filme, aber ich hatte gestern tatsächlich einmal die glückliche Fügung, dass ich Zeit hatte und mir einen Film angucken konnte. Ja, und welchen Film guckt man sich da an? Da guckt man sich gleich drei Filme an. Direkt hintereinander. Drei Filme, die man lange nicht mehr geguckt hat und die man unbedingt mal wieder gucken wollte. Einfach nochmal, um die Geschichte aufzuarbeiten. Und man merkt, findet ja immer was Neues in solchen Filmen, in solchen großen Filmen, in solchen Meisterwerkfilmen. By the way, Filme. Immer wieder fragen mich ja Leute, was guckst du gerne? Ich bin ein ganz, 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 ganz großer Fan von dem Marvel-Universum. Also alle großen Marvel-Filme, die miteinander verbunden sind. Sprich Avengers, Superhelden, etc. Lieblings-Superheld ist natürlich, was heißt natürlich, nicht natürlich, ist Iron Man. Tony Stark, also known as Iron Man. Finde ich cool einfach. Gut umgesetzt. Die Filme sind alle großartig. Ähm, ich hab ja Civil War Megast gefeiert, als der im Kino lief. Oh, das war so ein Highlight, den zu sehen. Und ich freu mich jetzt als nächstes auf Guardians of the Galaxy Vol. 2 und auch auf Spidey Homecoming. Spider-Man sind auch coole Filme, die ich auch sehr gerne schaue. Die alten, die alten Schinken kennt man ja, aber dann gab's ja den, den Neustart mit dem Garfield, als Schauspieler, glaube ich. Der, ähm, The Amazing Spider-Man, genau. Und jetzt gibt's schon wieder ein Reboot. Jetzt geht's wieder von vorne los. Der, der, der Spider-Man, der für 2018 angekündigt war, der wird nicht kommen, sondern es wird ein neuer Spider-Man kommen. Schade eigentlich. Aber, ganz ehrlich, das, was ich so im Trailer gesehen habe, spricht mich sehr an und ich bin gespannt. Und allgemein, aus dem Hause Marvel kommen eigentlich nur gute Filme. Bisher gab's da keine Filme, die ich schlecht fand. Deadpool natürlich, ne? Ich meine, sagen wir mal so, ich kann euch keine, ich darf euch keine Empfehlung für Deadpool geben, da der Film an einigen Stellen etwas unanständig ist und vielleicht nicht für den ein oder anderen geeignet ist. Aber, ein großartiger Film. Wieder ein megacooler Film, der mal so absolut anti- normaler Superhelden-Film ist. Es ist heftig. Also, habt ihr da von mir auf jeden Fall eine mehr oder weniger offizielle Empfehlung. Sehr. Und wir sehen, das mit dem Berg klappt doch tatsächlich so, wie ich es mir gewünscht habe. Ist natürlich jetzt ein bisschen ruppig, den Berg hier hochzuziehen. Noch sieht der Berg sehr linear aus. Ihr seht, ne? Es sieht jetzt nicht so geil aus. Aber, ihr macht es erstmal so, dass ihr so drei Ebenen baut, wie ich den gerade gebaut habe. Und jetzt können wir den Berg nämlich verschönern, indem wir einfach mal so ein paar Elemente hier einfügen, indem wir sowas dran bauen und es einfach mal ein bisschen natürlicher aussehen lassen. Wie würde Minecraft so einen Berg generieren? Das müsst ihr euch immer so ein bisschen im Hinterkopf halten. Minecraft würde nie etwas glatt machen. Minecraft würde auch Wände bauen, aber irgendwie würde immer wo irgendwas sein, ne? Und plötzlich sieht so eine Bergwand schon mal ein bisschen realistischer aus. So, wir müssen aber bedenken, dass die Bergwand hier von beiden Seiten gleichfakig aussehen soll. Also, man soll das Gefühl haben, als ob hier das Eingang des Hauses im Berg drin ist. Deshalb, das mache ich ja gerade. Ich arbeite das Haus hier quasi in den Berg ein. Da muss man einfach ein bisschen kreativ sein, überlegen, wie man das irgendwie lösen kann. So, hier brauchen wir einen Durchgang. Moment, der Durchgang war hier. Den Durchgang lassen wir auch einmal kurz. Mal sagen, mal so. Pass auf, wir machen im Durchgang, wir lassen uns hier als Bergwand, wir machen im Durchgang den Ticketautomaten. Aber das mache ich off-cam, das muss ich nicht mit euch machen. So, und dann ragt die Spitze des Hauses so ein bisschen vor, aus dem Berg hervor. Von der Seite aus sieht man das Haus in voller Gänze. Also, so ragt die Spitze des Hauses ein bisschen vor. Finde ich, glaube ich, so am schönsten für mich. Denn so kann ich den Berg hier weiter rumführen. Der Berg muss hier rumgefunden. Ich wollte ja noch eigentlich ein Bogengame hinbauen. Das passt ja noch hier rein. Hier passen allgemein noch ein paar Sachen rein. Spiegelkabinett oder so wollte ich auch noch machen. Eventuell mache ich doch kein Spiegelkabinett. Ich möchte noch irgendeine etwas längere Attraktion hier reinbauen. Muss ich mal gucken. Dann sind so langsam die überirdischen Attraktionen fertig. Dann kann es sein, dass noch ein paar unterirdische dazu kommen. Hier plane ich schon mal gerade das Plateau, was hier unten sein wird. Ja, also wird auf jeden Fall spannend. Vielen Dank für so viele Likes, was das Projekt angeht und so viele konstruktive Kommentare dazu. Also ein großes Dankeschön an euch. Ach, wir sind hier. Die Tränenringe, die mache ich auch noch mal weiter. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald und Tschüssi Kowski. Ciao Leute. Tschüssi Kowski. Vielen Dank.